Hm! Ich glaub das wird Hm! Das mein ich jetzt Hm! Das mein ich jetzt Himmel kann der Hund einmal sein Maul halten! Glutze fix, Alter! Hm! Das mein ich jetzt wird Zeit für Special! A gelegts mir alle am Arsch! Das kann halt nicht wahr sein! Natürlich nicht! Meine sehr verehrten Damen und Herren, erst einmal habe die Ehre! Ich bin's, der Birger, und in kurz und knapp, wir sollten hier noch nahe kommen! Könnt ihr mir das sagen? Könnt ihr mir das sagen? Jede, jede, jede Woche kann ich ein neues Tausender-Special ausgehauen und mir fehlt nix mehr, eure Kinder! Mir fehlt nix mehr, Kinder, Männer, Damen! Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Ich kann mich nur noch herstellen und kann sagen, Merci! Das ist jetzt lauter Vollgasmärische, wenn du mich fragst! Wenn du mich fragst! Aber mich fragt Gott sei Dank keiner! Nein! Spaß beiseite! Ha! Natürlich nicht! Wie beim letzten Mal schon, ich glaub das war, ich glaub Anfang Juni, ich glaub das war der Sixty Sixty, da habe ich ein Dreitausender-Abonnenten-Special gemacht! Jetzt nicht einmal! Ohne Scheiß nicht mal! Zwei Monate später haben wir 4.000 mehr! Also quasi mehr als das Doppel-Di, was wir damals gefeiert haben! Und damals war es schon der Schritt von 2.000 auf 3.000! Und der hat gefühlt, fünf Jahre dauert! Nein, hat er! Nicht bloß gefühlt, der hat fünf Jahre dauert! Ich weiß es nicht! Und wieder einmal steh ich unvorbereitet da und komm doch mal hinten alle! Und warum? Weil siehst du die geilsten Affen, die noch um den Land laufen und ich nix mehr weiß, was ich sagen soll! Ich geh mich nix mehr aus! Ich hab mich letztes Mal nicht rausgehängt, komm jetzt nicht aus! Ich weiß nicht, wo das Ganze hinführen soll! Aber ich find's nur lustig! Ihr seid die geilsten Affen ohne euch, ich weiß es nicht möglich! Ohne euch, ich würd ich auch nicht mehr weiter machen! Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll! Ich werd da auch nicht lange ameinander schneiden, sondern wie immer, ich stell mich einfach her und labert irgendeinen Mist! Wird schon passen! Ich weiß schon, was sie richtig geil haben! Hat es nicht! Hat es schon unter mir wurscht! Keine Ahnung, mir fällt nix anders dazu! Mir fällt nix sein! Mir fällt nix sein! Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll! Außer mich herstellen, zwei Minuten Scheißerlabern, im ersten Song, ich weiß nicht, was ich sagen soll! Es eskaliert's dermaßen, das Bastard immer in Schelle! Fangen wir zum Streaming an, hocken 180 Leute herinnen! Bäm! Nach 10 Sekunden! Keh ich mich nix mehr aus! Keh ich mich nix mehr aus! Kann ich den Chat nix mehr lesen! Was soll ich jetzt da noch sagen drauf? Mann, allen Ernstes, und Damen, denen ich mir ja ihren Dings schon gemacht hab! Haut und Dirndl! Und so weiter! Ich kann nur allen Ernstes sagen, ohne Scheißer überfetzt, Merse für einen Support! Ich weiß es überhaupt nicht! Vielleicht merkt man es! Haha! Was ich sagen soll dazu! Das ist völlig verrückt! Das passt da noch nicht ganz in meinen Kopf rein! Ich denk über 6000er Special nach! Dabei haben wir 7000 in halb einer Woche! Das ist äh... Ja! Wenn ihr mich nicht freuen würdet, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das wäre ein totaler Schwachsinn! Natürlich gefreut es mich! Natürlich motiviert es mich noch mehr, noch weiterzumachen! Und ich versuche mein Bestes, dass wir auf dem Level bleiben! Dass der Content der bleibt, auf den ihr Bock habt! Und den ihr feiert! Und es feiert dann offensichtlich fake nur, weil ich mich gar nicht mehr auskenn! Hinter dem vorne und kein Muck! Und weiß das eh! Ich glaub, ich halt jetzt einfach mein Maul auf! Wir sehen uns gleich beim nächsten Video! Haut sich rein! Äh... Mehr erfolgt mir nicht auch dazu! 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 Habe... Die... Mehr erfolgt mir nicht!